salut zusammen wir haben den 15 januar es ist morgens 7 uhr 30 und in diesem clip geht es ums gold vor euch liegt der chart der tageschart eine kerze ein tag und ich finde es lohnt sich da ein zweites mal drauf zu schauen und zwar wir haben hier das uns bisher bekannte top bei 2088 schauen das war hier am vierten zwölften und dann haben wir es am 28 zwölften noch mal gesehen dann haben wir ein wenig korrigiert sind unter die 20 tage linie gerollt und liegen jetzt naja ich möchte nicht sagen in der mitte der bände aber innerhalb der bänder wirklich markant innerhalb der bänder um es weiter zu beschreiben hier diese blaue linie ist die 200 tage linie wir haben ein positives macd wir haben eine positive stochastik das heißt auf den ersten blick hat das gold allemal die chance dass es dieses top jetzt endlich mal rausnimmt 2088 also rausnehmen heißt für mich nicht 2089 sondern 2100 und mehr diese chance hat das gold jetzt die muss es aber auch nutzen weil sonst verbraucht sich das da komme ich gleich mal wochen chart drauf das sieht gut aus für einen wochenstart das sieht auch gut aus für den wochenstart wir haben als widerstand wie besprochen die 2088 dann als erster und da werde ich auch den schein drauf anlegen sehr sehr wichtige unterstützung die 2013 gefolgt das ist nämlich das untere band und der chart gefolgt von dem hier steht 38er retracement von dieser bewegung die wir hatten vom oktober bis zum hoch liegt das 38er jetzt hier bei 1981 und da hat sich auch der chart mal drei tage verlustiert das ist schon eine gute unterstützung natürlich gefolgt von der 200 tage linie bei 1963 also ich behaupte das gold hat die chance hier jetzt endlich mal drüber zu gehen das obere band liegt bei 2072 das gold ist reagiert gut mit den bändern das sieht man zum beispiel hier band gebrochen runter oder hier band gebrochen hoch wenn es das also bricht hier bei 2073 ist dieses ding hier zwar noch wichtig die 2088 aber die chancen vor allen dingen wenn schnell geht sind dann deutlich eher auf der oberen seite aber und das ist das was ich noch dazu sage es muss diese chance jetzt nutzen wenn das gold jetzt hier bis donnerstag oder freitag braucht und krebst hier oben rum dann wird das hier alles heftig steigen das hier auch und wird sich ein bisschen verbrauchen und dann passiert das was ich auf jeden fall zeigen will jetzt muss ich auf die woche gehen die woche sieht nicht so prickelnd aus weder über das macd noch über die stochastik das heißt das gold hat jetzt die ich möchte ich sagen die letzte chance ja aber für die nächsten paar wochen die chance den moment das ding endlich mal hier oben auszunehmen rauszunehmen und zwar über die 2088 wenn das nicht passiert und wie gesagt der juggelt jetzt in dieser woche rum das ist eine kleine kerze schafft es nicht gehe ich davon aus dass wir hier die ersten verkaufssignale bekommen und dann wird dieser punkt das war der eben im tageschart bei 2013 ich zeige es gleich noch mal sollte dann gebrochen werden und dann ist mindestens die verbindung hier kommt nämlich noch ein punkt dazu wir hatten es 38er bei 1882 dann hatte ich gesagt da haben sich mal die drei tage lang hat sich der charter verlustiert und wir haben hier die 20 wochen linie um die 1880 also wenn das nicht genommen wird nach oben raus rechne ich mit einer bewegung bis unter die 2000 jetzt gehen wir mal kurz auf den tag und hier sieht man es noch mal das ist das womit ich dann rechne wenigstens hier die 1882 aber es hat ganz klar die chance hier raus zu gehen deswegen ich habe mich zu folgenden scheinen da geht es bestimmt gleich ein ausschrei los entschieden das eine ist ein call mit der basis 2006 da liegen wir hier drunter der ist nur also das war der chart und das ist das untere bollinger band der ist aber nur ausschließlich dafür gedacht wenn wir die 2088 rausnehmen der hat im moment beim kurs von 2056 46 erhebel das ist also kein kinderfasching das ist schon eine ziemlich interessante option sagen wir es mal so aber wie gesagt nur wenn wir hier drüber gehen es sei denn einer sagt naja probieren was halt mal mit schnüffelstücken aus finde ich völlig in ordnung kann man immer machen aber für eine größere position wäre selbst mir das zu heißen wichtiger punkt der nächste schein den ich genommen habe ist ein 1945 es ist auch noch ein 19 erhebel und der liegt nicht nur unter dem 38 retracement von der längeren bewegung sondern auch unter der 200 tage linie und auch unter dem 50 retracement das ist bei 1949 muss man ein bisschen größer sieht so der liegt also hier drunter im moment 19 erhebel so was schaue ich mir an wenn wenn wir wieder noch mal in diesen bereich herunter gehen und das untere band hält bei der 2013 da guck ich mir sowas an dann dürfte der hebel sein oder mal grob gerechnet bei 26 auch keine kleine option aber noch mal der obere wirklich nur wenn wir ordentlich darüber gehen mitschmackes in einer kurzen zeit zwei drei tage spätestens bis donnerstag muss das erledigt sein ansonsten wenn es dann runterkommt gucke ich mir das mal an ich glaube dass dieser bereich hier hält ich habe keine gravierenden verkaufssignale habe ich nicht habe dann eher so eine art sagen wir mal erschöpfungszustand wo er noch mal ein imbiss nehmen muss für diesen erschöpfungszustand wenn er das also jetzt hier nicht schafft hier oben drüber zu gehen bis einschließlich donnerstag oder gar in der zwischenzeit diesen bereich hier bricht die 2013 habe ich diesen schein hier 2151 putt im moment 19 erhebel der wird dann ein bisschen geringer sein der dürfte dann sein um die 16 15 16 der liegt hier hinter da oben 2151 ja der kommt für mich dann ins spiel wenn wir die 2013 brechen heißt 2005 2004 sowas mit schlusskurs abends 22 uhr dann kommt ihr ins spiel also gold kann eine ganz interessante woche werden schaut es euch an happy trading und fette beute bye bye bis zum nächsten Mal